Yo, herzlich willkommen zu einem neuen Waffen-Review. Diesmal geht es um die Toms and Infernal Dragon. Und ja, in der Zeitspanne vom 6. bis zum 12. Februar, oder vom 5. bis zum 12. Februar, da schaue ich nämlich immer noch nicht ganz durch, war eben halt diese Sale-Periode da. Ja, die, die eben halt in dieser Zeitspanne gekauft haben, also die Toms and Infernal Dragon, haben die zu einem reduzierten Preis bekommen, also ungefähr 15.500.000 ZP weniger, also 59.500 ZP. Und ja, in dieser Zeitspanne gab es zudem, wer eben halt in dieser Zeitspanne gekauft hat, noch ein 30-Tage-Bonus-Package dazu. Und ja, nach der Spanne, also eben halt 13,15. und auf, kostet sie jetzt 85.000 ZP. Natürlich ist die Infernal Dragon permanent, ganz klar, aber dieses 30-Tage-Package, das ist natürlich nur für 30 Tage. Aber, da kommen noch nie zuvor gesehene Waffen vor, und zwar, naja, okay, ist nicht wirklich eine Waffe, aber eine taktische Leistung, taktische Leistung, nein, taktische Gear-Ausrüstung, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall der Yellow Smoke, 30 Tage, Spop Elite, hat irgendwie so einen besonderen Skill, was auch immer. Und eben halt die Scar Heavy Red Dragon. Darüber habe ich schon ein Review gemacht, schaut einfach mal bei meinen neuesten Videos nach. Und ja, gut. Wie gesagt, in dieser Spanne konnte man eben halt diese Waffen bekommen. Ich dachte zuerst, ja, okay, soll ich mir das jetzt vorbestellen, weil mein Budget ist jetzt auch nicht wirklich, also, was ich mir leisten kann, ist jetzt auch nicht wirklich der Hit. Und, ja, okay, ich dachte zuerst, da wäre die Scar Light wieder drin, also Scar Light Red Dragon, aber das war's nicht. Also, da habe ich mich gewundert, hä, Scar Heavy Red Dragon? Ist ja cool. Aber wegen Spop Elite, naja, auch nicht. Also, zwar ist es im Gameplay so, aber gut, Yellow Smoke verwende ich auch nicht. Finde ich ein bisschen doof, also, das sind so unnötige Sachen. Also, für mich auf jeden Fall. Weil, im Großen und Ganzen achtet man eigentlich gar nicht mehr auf den Charakter, 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 Skin oder sonst wie was, äh, oder eben halt auf Yellow Smoke, weil Yellow Smoke verwendet man, wenn dann nur, denke ich mal, wenn man jetzt ein bisschen auch eine Team Deathmatch Map ein bisschen mit dem Smoke hier rumtrödeln will. Aber, wie auch immer, kommen wir zurück zum Review, also, worum es geht um die Thompson Infernal Dragon. Auf jeden Fall, die Bonis der Thompson Infernal Dragon ist, dass eben halt jede SMG, die ihr im selben, nicht im selben Bag habt, aber im Bag habt, ähm, also, wenn überhaupt die Infernal Dragon in 1, 2, 3, 4 belegt ist, also in dem Bag, äh, dann, und ihr dann noch eine SMG irgendwo reinpackt, 1, 2, 3, 4, je nachdem, zumindest nicht im gleichen Bag, ähm, dann, äh, bekommt ihr noch einen Bonus an Munition für die SMG, aber auch alleine für die Thompson Infernal Dragon, also, äh, plus sieben Munition. Und das ist wirklich cool, das könnt ihr auch, äh, ähm, im Storage sehen. Wenn ihr die hier zum Beispiel einpackt, ja, so war das, oder auswählt, dann seht ihr da, dass da überall plus sieben steht bei euren ganzen SMGs, egal ob die per Tage sind oder sonst was. Also, ist auf jeden Fall witzig, da könnt ihr mit P90 oder Thompson, die normale Thompson, durch, äh, durchheizen, also, so ist es nicht. Zudem, die Feverball lädt sich schneller auf, damit bekommt ihr mehr Fapping Points, FP Points, wie auch immer, ähm, durch weniger Aufwand und Zeitaufwand, na klar. Und, äh, 50% mehr Erfahrung, nein, 50% mehr Punkte in Zombie Mode bekommt ihr dadurch, durch die Thompson Infernal Dragon, also könnt ihr da ordentlich Crates am Stauben. Und 200% mehr Erfahrung für euch selbst, natürlich, pro Spiel, also bekommt ihr ungefähr, wenn ihr zum Beispiel pro Spiel 200 Erfahrung macht, oder 400, dann bekommt ihr eben halt das Doppelte davon. 30% mehr Erfahrung bekommen die Spieler, die eben halt, äh, im selben Spiel sind, also im selben Raum, Game, wie auch immer, und 20% mehr GP bekommen sie. Natürlich, äh, stapelt sich das, also wenn da zwei VIP-Spieler sind, dann bekommen die 60% mehr, also, ganz klar. Ja, wenn ihr auch ganz viele andere Infernal Dragon, keine Ahnung, auf jeden Fall VIP-Waffen habt, die haben ja jeweils 200% mehr Erfahrung. Wenn ihr die denn eben halt in allen vier Bags habt, bekommt ihr 800 Erfahrung mehr. Das ist schon mal heftig, was? Ja. Gut, ähm, Contra der Waffe. Es ist eine Sprayer-Waffe. Gut, äh, in Siege und Destroyer sollte man sich da nicht blicken lassen, kann man eigentlich gut für Zombie Mode benutzen, sollte man auch eigentlich nur, weil sonst wird man so oder so gekickt, hat man nichts davon, weißt du. Äh, oftmals wird man angeschrieben, ja, okay, das sind aber Scammer. Die versuchen dann einen eben halt abzuziehen mit, hey, gib mir deine Account-Daten, ich mach dir CP rauf, oder ich geb dir alle Royal Dragon-Waffen. Ja, das mach ich. Nein. Gut, muss man nicht drauf reinfallen. Ich wäre da fast mal drauf reingefallen, weil, äh, kommen wir später dazu, zu nem Let's Play, ja? Okay. Ähm, manchmal hat man aber auch ungenügend Munition, weil, wenn man die ganze Zeit da durchheizt und durchspraytet und dann mal Glück hat, dass man dann am Leben ist, äh, dann hat man bald keine Munition mehr. Also, man könnte sich natürlich ein extra Magazin holen, dann hätte man nochmal 77 Munition mehr, aber wozu? Dann kann man die einfach wegwerfen und dann normale Waffen geben, von den Gegnern, die er getötet hat. Ja, außerdem, das Witzige ist, wenn man die Thompson hinwirft, dann sieht's so aus, als ob die Thompson sich totstellt. Also, so wie ein Hund auf dem Rücken liegt dann, oder eben halt ne Schildkröte auf dem Rücken, so ist das Magazin, das Trommel-Magazin. Und eben halt der Schaft und so, stellt sich alles nach oben. Und das, was eigentlich oben ist, also dieser Drache, liegt dann auf dem Boden. Also, alles Kopfüber auf dem Boden liegt das dann. Das sieht so beschissen aus, aber okay, was sich da Crossfire gedacht hat, kann ich mir auch nicht erklären. Gut, kommen wir zu den Stats. Also, es ist ne SMG. Weiß ja jeder, sicherlich. Gut. Und SMGs sind ja eigentlich leichte Waffen, recht leichte Waffen. Und es spielt sich auch eigentlich wirklich gut mit ihr. Also, ich muss schon sagen, gut, davor hab ich mit der Thompson auch ab und zu gespielt, in meinen Loob-Tagen, ja. Ich bin so einer. Aber gut, wurde auch oftmals gekickt, weil ich ja eine Loob-Waffe benutzt habe, aber eigentlich find ich die ganz okay. Also, SMGs sind so oder so gemein. Also, egal welche. Sind alle gemein. Selbst die Uzi ist gemein. Aber wie auch immer. Gut, die Thompson, ich kann euch sagen, die Munition, wie gesagt, 77 zu 154, ist eigentlich mehr als man braucht. Also, wer jetzt wirklich so viel braucht, um ein, zwei Gegner runter zu schmettern, das ist wirklich ein bisschen peinlich. Aber egal. Ähm, die alte Thompson, die braucht ja 4,1 Sekunden. Und das ist verdammt lange, wenn man so überlegt, ja, der eine Spray mich down trifft mich dann nicht und dann trifft er mich doch mit der letzten Kugel in die Fresse. Und, ja, also 2,1 Sekunden, damit ist sie 0,3 Sekunden schneller als die normale M4 oder AK. Und das ist wirklich geil. Also, ich mein schon, hm, gut, sollte ich jetzt die alte Thompson nehmen, nur mit 60 zu 120 Munition, oder doch, die Thompson Infernal Dragon bekommt 200% mehr Erfahrung und bla bla bla, alles Bonus. Und, ja, auf jeden Fall, es lohnt sich auf jeden Fall, die Thompson Infernal Dragon zu holen. Es macht auf jeden Fall Spaß mit der. Und, naja, okay, ich find jetzt, dieser Drache ist ein bisschen zu übertrieben. Gut. Muss jeder wissen, wie er es sieht. Aber, okay, leergeschossen ist sie in 5,2 Sekunden, also 77 Bullets in 5,2 Sekunden. Reload Time beträgt 2,1 Sekunden, wie gesagt. Und auf den Kopf, also von der Close Range, macht sie ungefähr 72 bis 91 Damage. Auf den Oberkörper macht sie dann ungefähr an die 21 bis ungefähr 27 Damage. Und auf den Fuß, oder auf die Füße, auf den Unterkörper, macht sie ungefähr dann an die 12 bis 15 Damage. Das ist nicht wirklich viel, aber, okay, man hat 77 Bullets. Da kann man doch ruhig durchsprayen. Naja, ihr seht ja auch oftmals, dass ich nur durchspray, also wirklich One-Tappen oder sowas kann man mit der Thompson nicht, da sie eine SMG ist und es ist nicht wirklich sicher, ob er schon angefragt ist, damit man ihm dann mit einem Schuss wirklich den Rest geben kann. Aber, gut. Muss man sehen. Also, ja. Auf jeden Fall, Pro ist deutlich, wie gesagt, deutlich schnelleres Nachladen, ordentlich Munitionsbonus, also 17 Bullets mehr als die normale Thompson. Und, ähm, gut zum Durchsprayen, auf jeden Fall. Aber man wird gekickt, das ist natürlich wieder ein Konkla. Aber Boni, wie gesagt, 200% Erfahrung, das ist, naja, normal für VIP-Waffen, aber nicht jeder hat VIP-Waffen, außer natürlich, ihr seid ZP-Player. Aber davon gehe ich natürlich aus. Zudem, ähm, für die Pre-Sale-Besteller, wie auch immer, also eben halt in das, die eben halt in der Zeitspanne das bestellt haben, die haben eben halt diesen Bonus bekommen, also eben halt diesen 30-Tage-Bonus. Das ist wirklich gut gemacht. Also, ich finde, Crossfire ist gierig, aber was soll's. Gut, es macht Spaß zu spielen. Hm. Joa. Also, ich kann sie euch auf jeden Fall empfehlen. Es macht auf jeden Fall Spaß. Ohne Frage. Das macht auf jeden Fall Spaß, mit der zu spielen. Man kann sicherlich gut damit in Ghost-Mode rumsprayen, aber ich glaube, da wird man auch schnell gekickt. Also, besonders eignet sie sich eben halt für Zombie-Mode, Hero-Mode, Hero-Mode-X, also all diese Games, da, wo man diese Mutanten oder eben halt diese Computer abzocken muss. Gut. Das war's zum Review. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Enjoyed. It's tea time, bitch. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Das war's. 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 Das war's.